Have fun, hier ist der Abraham zurück in Red Dead Redemption 2 und ja, wir schauen uns erst einmal an, was wir heute machen können und durch das gute Erinnerung habe, ja, habe ich letztes Mal hinten ordentliches Chaos angelegt, deswegen gibt es jetzt hier einen Roten-Bereich und dann würde ich sagen, da es jetzt hier direkt eine Mission geben, nämlich mit Dutch, werden wir die Blutfäden alt und neu spielen, heute gemeinsam und vielleicht werden wir mit Kapitel 4 durchsteigen. Arthur, hast du gesehen, Jack gesehen, wo ist mein verdammter Sohn? Wo ist er? Wo ist mein Sohn? Sie haben ihn, nicht wahr? Sie haben meinen Sohn? Wer hat ihn? Wir denken, die Braithwaite-Winne hat ihn. Kieren sah ein paar Kollegen, die Braithwaite-Winne sind. Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn, Dutch Vandalin? Wir holen ihn, wir holen ihn zurück zu dir, und wir holen einen Mann, der hat die Temerität, um ein bisschen auf den Hügel auf den Hügel auf den Hügel. Abigail, du hast meine Worten. Nur holen mich zurück, mein Sohn! Ich holen diesen Hügel zurück, also helfe mir Gott, jetzt! Dutch! Wir haben gerade gehört über Jack. Du brauchst noch mehr Schäuze? Ja, warum nicht? Micah, Kieren, wenn jemand verrückt wird, du ihn verletzt. Der Rest von euch, wir fahren! Okay, wir fahren den Hügel zurück. Sie müssen wissen, was wir waren, Dutch. Ja, wir haben gerade in der Hügel getötet, von den Greys in der Stadt. Ich weiß, ich habe gehört, über Sean, auch. Ich weiß nicht, dass ich das gar nicht mehr so denken. Wir müssen uns auf Jacken fokussieren. Ich versuche, ich werde alle da. Ich versuche, ich werde alle da. Lass einfach, John. Versuch, dass sie ruhig bleiben. Ich bin gut. Wie haben sie ihn getötet? Ich weiß nicht, aber wir werden ihn zurückgekommen, und sie werden bezahlen. Ich versuche dir das. Was für den Hügel? Wer macht einen Hügel über den Hügel? Wir haben Jacken. Ich liebe es zu dir, aber ich glaube nicht, dass es kein Hügel ist. Wenn es ist, ist es in einem Ort, wo keiner weiß. Was? Ich habe alle Hügel verletzt. Gott, Herr Hosea! Nach dem Tod, noch eine perfekte Schale. Wir haben sie überrascht. Nein, sie haben uns überrascht. Wir haben uns überrascht. genug reden. Es gibt nichts, dass wir hierher kommen. Es gibt nichts, was wir hierher kommen. Es gibt nichts, was wir hierher kommen. Es gibt nichts, was wir hierher kommen. Und wir werden es schützen. Also, komm! Okay, wir werden es richtig machen. Also, komm! Ich sage das! Ich sage das. Wir haben es ja garot b wide. Wir haben ihn nicht so gut. Wir sollen uns überrascht. Allhaken. Wir sollen das alles gleiche vor vor. Einmal für das, nicht? Daher kommt es wieder. Denken wir, als die irgendwo wissen, dass wir kommen. Komm mal. Vierell das一點, John. Ach, du sicher bist du okay? Wie ich hin denke, ich bin gut. Das ist gut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da sind sie. Wer hat einen verdammten Mann? Ich glaube nicht. Ich werde das Fliege mit diesen B*********. John, ich brauche dich zu bleiben. Geh hier jetzt! Du inbredigst blöde! Was für die Hölle willst du? Easy, John. Wir sind für den Mann. Wir müssen wissen, dass wir würden. Du solltest nicht mit unserem Geschäft haben. Du solltest nicht. Was für die Verpflichtung du hast mit uns. Das ist ein junger Mann. Das ist nicht die Weise, dass du Dinge machst. Lass ihn zurück. Geh die Hölle aus unserer Land. Wenn du nicht so gewaltt werden kannst. Wenn du nicht so gewaltt werden kannst. Aufhören! Geh das! Aufhören! 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 Los, Balconies! Das war's gut! Ich hab alle von dem Bastards! Komm in! Cover left! Dammit! John! Charles! Lenny! Behind the pillars! Hold'em there! Son of a fucking son of a whore! Wait to hell on these sons of bitches! Archer, John, Hosea with me! The rest of you, watch out here for any other arrivals! Get in there! Find Jack! And fu- That great white woman! Jack! Jack! You in here! Jack! 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 Archer! Get up here! Give us a head of the man, Kevin! This is Moshe later, Hosea! The weapons are pushed up against you! Archer, we need you up here! Come on! Come on! We should go see what Dutch wants up there! Open the goddamn door! Jack! John! Archer! We'll hold him down here! We got more company! Arthur, get out there! We got this door covered! Arthur, get out there! There's a gun for a whore! There's a gun for a whore! Come on! Get out of the way, Jack! Get out of the way! Keep the heads in! Get down! I got a move! Fuck! Fuck that! Fuck that! Look at that! Ah! You gonna make it out, Emily? Fuck! Let's kill him all of them! Look out! We'll kill him to the right! They got me! Okay. I don't know how to smash them, I can only kill them. Oh, was you covered up there? Oh, ah, I was knocked down. Oh, this is really a British. Do you hear me? Now, we're right away in our room. Come on, this must be it. Was machst du? Geh weg! Help, John! Hast du einen anderen Weg in? I told you, there's no getting in this way. They've got a car. They're locked, but I reckon they might give! One, two, three! What the hell? You want me to kill you too, old woman? You bastards! Where's the boy? We have lived in this house for a hundred and twenty years. We never had no problem except for Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my sons! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your time. Common scum! Where is the boy? You filth! All right. We get her out of here. What about down? Now let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No! No! We reckon they're all dead! That's right! Burn this dog to the ground! Now! You boys sure jack in, in here? You boys sure jack in, in here? We search everywhere, Dutch! You got that one, Arthur? Ich glaube, das ist der Ende des der Verdammt Krimmage-Games. Komm her! Oh, 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 oh. Wo hast du den Mann, Frau Braithwaite? Du hast du meine Brüder. Du hast du meine Brüder. Du hast du keine Regeln im Krieg, Herr... Mathews. Ja, ja, das ist es. Wo ist der Mann? Meine Eltern haben ihn an Angelo Bronte gegeben. Ich denke, das ist Saint-Denis. Either da, oder auf meinem Boot in Italien. Let's go! Arthur, komm! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. I don't get that boy back safe. I'm... She... She'll kill us all. I know, but looking at this logically, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine, but... Of course, Marston scared Rodden. We killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Now, we get that boy back. And we go. Trust me. Hey, Dutch. We got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlinde. Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now. We didn't kill all them savages, only to allow the likes of you to act like human dignity. And basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place... Ain't no such thing as civilized. It's man. So, in love with greed, he has forgotten himself, and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came... for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Well... Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'll be my honor... to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house. Hidden in the swamps outside San Denis. I'm sure they'll find us eventually. but it should buy us a few days. A few days? It's all we need. It's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. The place is well hidden. You and Arthur. Right out to make sure no one else has moved in. Lenny, go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you, get packing! Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot, Arthur. Follow me. I know the way. It's gonna be alright, John. We should be going for Jack. We will. But we have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail. We're at the end of the rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? We made too much noise once again. We drove right to us. I mean, how many people we killed the past few weeks? Not too many. It's Dutch playing his game. Rosalia too. Get involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always. Look, Marston. I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davey, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on. It ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Hey, you can't put all this on Dutch. You're worked up. And rightly so. Just don't get too far into your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. All right. Should be just down this path to the left here. So, like you were saying before. Sure has. Lots changed. I sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Like I told you. Don't go down a rabbit hole with this, Markston. That won't help nothing. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't sure of nothing. All right. Let's leave the horses here and take a look. Oh, shit! It's them again! Boys! Get ready! Damn it! Still some here. I think there's more of them. I'll check the house. You keep watch out here. What the hell did I think you are? You fools should have left when you had the chance! Any more of you upstairs, I'm coming for you! You hear me? We'll find out who put you up to this. Didn't you get the message last time? Where are you creep-tied company? Tough guy, eh? ... ... ... ... ... ... ... ... I knew you'd come soon enough you were some other car like Die Bounty Hunters, die Freedmen, die Karpetbaggern, die Armee von Kriminalern, die unsere Land und unsere Regierung verletzten. Ich habe sie alle überlebt. Unsere Behandlung wird weitergehen. Jesus. Wie sieht es dort aus? Ich denke, das ist viel. Wir haben noch nicht die letzte Behandlung. Gut. Komm mit mir helfen. Was machst du mit Arco? Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist eine Scherz. Ich muss die anderen eine Glocke in das. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das wird schwer. Das ist schwer. All Right, this way. We'll dump the bodies in the swamp over there. Ich weiß nicht, ob es gut ist. heute? Hast du Probleme mit einem Freund zu sehen? Okay. Ich kann mit dem restlichen Körper beschäftigen. Du gehst mit dem Karavan. Der Mann in der Mitte. Okay. Bis bald. Ich hoffe. Bis bald. Okay. Willkommen zurück, all of you, two of my humble abode. We got fine living. Ignore the corpses and the alligators, it's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Can you believe that, girl? All I've got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? A few loose ends. That's a major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back. Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloon. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us in all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Okay. There she is. A real city. The future. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, also wir haben da wieder diese Mission abgeschlossen und ihr habt es gesehen, ihr seid live dabei gewesen. Naja, zumindest wenn ihr das Video schaut, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt in Kapitel 4 und ich nähere mich der Herausforderung, es komplett zu beenden. Aber bis hierhin war es ein harter Weg. Nein, mal ganz ehrlich, es ist ein fantastisches Spiel. Also die Story ist super, die Figuren sind super, man kennt alle Figuren, man kann sich mit denen teilweise gut verstehen. Auch Dutch. Und gerade die letzte Episode hat so ein bisschen Licht in die ganze Problematik reingebracht. Also fantastisch. Ich würde an der Stelle sagen, nein, wir wiederholen das natürlich nicht, sondern wir gucken noch einmal ganz kurz auf unsere Karte. Wir haben jetzt hier oben drei neue Ziele. Und da wir diese Mission jetzt abgeschlossen haben, würde ich sagen, ich mache erstmal wieder hier einen Break. Guck mal, wo wir sind. Und da ist die Road. Oh Gott, wir haben noch so eine riesige Karte vor uns. Das ist unbelievable. Our fucking biggest map. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und ich werde mich dann hier um diese BRs kümmern, nämlich Angelo Bronte. Have fun, euer Abo-Ram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.